Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal ein bisschen was anderes zeigen und zwar, wie alle diese Skins immer vorher sagen. Die meisten grossen YouTuber sagen ja, ja die nächsten Skins sind zum Beispiel dieser Zauberer hier und dieser Osterhase. Wie die das gewusst haben, zeige ich euch gleich im Video. Aber zuerst will ich euch noch sagen, ich mache all, also jede Woche mache ich ein Gewinnspiel und da könnt ihr jede coole neue Skins gewinnen. Das einzige, was ihr machen müsst, ist diesen Kanal hier, Spidi HD abonnieren. Beim Video, wo ich hochlade, dann müsst ihr ein Like abgeben und ein Kommentar mit dem, also der Kommentar muss Hashtag aktiv sein. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr so gesagt schon mitgemacht mit dem Gewinnspiel. Aber wie gesagt, das nächste Gewinnspiel ist erst nächste Woche. So, kommen wir jetzt zu dieser Seite. Ihr müsst beim Internetbrowser, müsst ihr da das hier oben eingeben. Ich verpacke das noch schnell in der Videobeschreibung, dann könnt ihr da einfach ganz schnell drauf drücken. Und da könnt ihr jetzt da ein bisschen rumschauen und da könnt ihr ein bisschen das Outfit auswählen und alles mögliche könnt ihr auswählen. Wie man sieht, sieht man da alle Skins. Aber das ist nicht noch alles, weil da sind auch noch Skins dabei, die gar noch nicht da sind. Zum Beispiel dieser und dieser, die kann man ja noch nicht haben. So machen es die grossen YouTubers. Sie gehen auf diese Seite und sehen da und da ist ein neuer Skin. Dann schneiden sie den aus, also muss man gar nicht. Man kann ein Bild speichern unter. Dann einfach transparent, okay. Ersetzen. Und dann hat man den schon gespeichert und dann hat man wirklich den ganzen Skin ohne Hintergrund. Und so könnt ihr wirklich die ganze Zeit schauen, was kann man da machen. Da zum Beispiel dieses Girl da, das ist ja frisch drin. Und dieses da, das ist ja gar noch nicht im Spiel hier. Diese drei Figuren sind ja gar noch nicht drin. Also sieht man schon, diese wird sicher neu kommen. Das wird neu kommen. Und so kann man wirklich jede Woche einmal abchecken, was da alles neu kommt. Die meisten wissen dies, kennen diese Internetseite gar nicht. Aber eben die grossen YouTuber, die machen da drüber Videos. Und dann haben sie sauviele Aufrufe, obwohl ihr das selber schauen könnt. Und wie ihr seht, dieses Girl da, das gibt es auch neu dann. Und es geht nicht nur das, es gibt wirklich alles. Spitzhacken gibt es, es gibt alles. Da könnt ihr auf dieser Internetseite, könnt ihr wirklich schauen, was alles neu kommt. Von den Skins bis zu den Tänzen und Gleiter und alles. Dieser Gleiter wird sicher auch noch mit ins Spiel kommen. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und schaut mal auf dieser Internetseite vorbei. Hier, die ist wirklich cool. Und man hört sich im neuen Video wieder.